Ja, das macht sicher mehr Spaß als letzten Samstag, als wir bei den Vagina-Monologen waren. Also, äh, es gibt immer noch keine Spur von Osama Bin Laden. Die Regierung will jetzt als Köder Zwillingstürme in Bagdad hochziehen und daneben ne Flugschule aufmachen. Ne Flugschule? Äh, entschuldigt, der Witz war wohl nicht ganz so gut, aber ich hab noch einen für euch.